Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Stoneheart. Oh, wir laufen Rehe durch die Gegend. Okay, dabei fällt mir ein, es gibt ja hier den Trapper und der Trapper kann ja, der kann ja richtig viele tolle Dinge. So, wir haben ja, hier unten haben wir ja eine Trapperzone eingerichtet und wir werden jetzt... Hm, ich würde sagen, wir werden... Wir werden, wir werden, wir werden hier hingehen. In diese Ecke. Und dann so groß wie möglich, das dürfte die Größe sein. Und dafür braucht er Stufe 6, verdammt. Okay, dann werden wir das nicht machen, dann lösche er bitte diese Stufe wieder, äh, Ding wieder. Genau. So. Hier wird ja gerade der Weber ausgerufen. So, da haben wir das, da haben wir dies, da haben wir jenes. Das ist sehr schön, da funktioniert einiges. Die laufen auch ganz dick. Hier oben wird da noch irgendwas getan. Wahrscheinlich eher gerade nicht. So. Mhm. Okay, der Koch und der Ding sind auch ganz wild dabei. Ich habe übrigens gesehen, es gibt wohl mit der Mod Home Sweet Home, gibt es wohl eine Möglichkeit, sowas ähnliches wie, ja, wie soll ich das jetzt sagen, sowas ähnliches wie, ähm, 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 mensch, gerade wäre es mir noch eingefallen, ne? Ähm, sowas ähnliches wie eine Kampagne reinzukriegen, offensichtlich. Und jetzt wäre natürlich mal die Frage, würde euch sowas überhaupt interessieren? Ja, so als Kampagne. Ich fände das an sich ja schon ganz cool, aber man weiß es halt immer nicht, ne? Okay, Stürmdiebhaber, nein, das wüsst du nicht. Okay. Chopper, Chopper, Chopper. Wir haben, wir haben drei Leute, die Chopper heißen. Topp, ne? Absolut gigantisch. Ich möchte nicht nach Namen, warum sind die alle so taurig? Warum? Mahlzeit war roh, ja. Okay, ich verstehe. Wir müssen auf alle Fälle gucken, dass wir Steine herkriegen. Okay, hier wird... Genau, das war ja was, was wir eigentlich nicht mehr haben wollten, ne? Sowas. Aber wir wollten hier das hier nicht mehr, das hier nicht mehr und das hier nicht mehr. Ne? Das war uns doch so ein Bedürfnis, dass das dann hier gelagert wird, damit der da auch gleich raus kann und... Hast du nicht gesehen. Ja? Wäre schon interessant gewesen. Ja, auf alle Fälle gibt es da wohl diese Möglichkeit. Und ich weiß nicht warum, aber mich würde das irgendwie schon arg interessieren. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber... Ich fände das schon cool. Weil angeblich kann man da dann auch verschiedene Gebäude und kann die dann irgendwie ausbauen und ja... Fände ich jetzt von der Idee her schon ziemlich geil. Oh, da wird... Oder von der ersten Spinrad... Da ist schon gebaut worden. Das ist sehr gut. Wir müssen immer noch gucken, dass der Koch... Dass unser Koch irgendwann mal einen Stein erwischt. Um... Halt, nicht der da, sondern hier der. Der da. Irgendwann mal einen Stein erwischt, damit der hier so einen... Steinkästler und so eine Steinmühle mal herstellt. Das kann er, glaube ich, erst abnehmen. Genau. Und dann kann der wenigstens mal Brühe machen. Vielleicht an sich gar keine so doofe Sache, dann... Gehen hier auch mal Dinge weg. Oh, hier, schaut mal, da können wir wieder... Wo sind sie? Da sind sie. Da können wir wieder hier... Da, ne? So. Sehr schön. Da, jetzt hat... Endlich. Und wir müssen dann natürlich auch einen... Was extravaganten Hut stolziert in die Stadt. Häuptlingkrude 30. Okay. Aha, eure kümmerliche Siedlung... Nun Teil von... Glittering Territorium. Ich verdiene einen Tribut. Glitzernd. Vier Seitenballen. Fünf hohe Fensterrahmen. Schreibacholderholz. Und neun Kohleklumpen. Und wir haben diese Seitenballen nicht, deswegen... Nein, nein, du sollst sagen, ja, du sollst... Dankbar sein, erneut versuchen. Nein, schlecht. Ich behebe Schlechtigkeit. Okay. Händler nähert sich unserer Stadt. Der Händler hätte gerne... Nein, auch das lehnen wir ab. Auch das benötigen wir nicht. So. Ja, der Kamerad kann ja hier... Erzählen, was er möchte. Also wir sind ja da. Mal gucken. War jetzt hier den da? Genau, der muss jetzt... Ein Goblin-Trupp erscheint. Sehr gut. Wunderbar. Genau, das war es, was wir jetzt unbedingt gebraucht haben. Mal den und wir haben einmal den da. Wo ist der Goblin-Trupp? Da ist er. Kameraden, kommt zusammen. Der Goblin-Trupp wird jetzt vertroschen. Da ist der eine. Wir versuchen da jetzt, das Zeug kaputt zu machen. Oder machen da jetzt Zeug kaputt. Kann man mal auf die bitte draufhauen? Bitte, danke. Zack. Gib ihm. Okay. Goblin-Schlechter. Fußsoldat Level 4. Okay. Okay. Wart dann. Könnt ihr wieder... Ah, hat einen neuen Titel. Ah, ist jetzt Goblin-Schlechter. Charakterübersicht. Hässliche Ästhetik. Ja, wir werden... Wir werden daran arbeiten. Ja, auch, dass hier nichts Großes mehr gegessen werden muss und so. Ja, komm. Stell das mal da hin. Es ist doch da. Stell es hin. Bitte, danke. Und jetzt hier. Und jetzt würde ich sagen, mach mal... Nutz-Basket. Okay. Dafür brauchen wir Nüsse. Und dafür brauchen wir das hier. Und da könnte man auf alle Fälle schon mal... Ja, ich weiß nicht. Fünften. Eigentlich muss ich bekommen. Stell mal 15 Stück her. Leckerer vegetarischer Eintopf. Auch da geht ein bisschen was. Stell mal 10 Stück her, bitte. Sehr gut. Und hier kann man auch... Wunderbar. Ich würde bei dem hier sogar sagen... Dauerhaft, bitte. Versuch doch immer, bitte. Ich würde sagen, 10 Stück. Versuch mal 10 Stück. Ich habe gerade... Probieren. Können wir es. Speichere doch bitte mal Spiel. Danke. So. Dann steht der da dran und... Kocht sich ein. Das ist doch ganz schön. Das kann man ja machen. Soll sich der doch schön einkochen hier. Und dann geht das. Wie sieht es hier aus? Kann man da eigentlich schon wieder... Oh, Köpfermesser. Da ist er. Den wollen wir. Mache er diesen da. Sehr gut. Oh, was ist das? Sein? Ja, ich glaube nicht, dass wir das Köpfermesser so bald brauchen. Wir stellen es mal her, aber... Ich glaube nicht, dass wir es so bald benötigen. So. Katie träumen vom Essen. Das können sie tun. Lass sie vom Essen träumen. Drüben fehlt noch ein bisschen. Was fehlt denn da noch? Hier oben denn schon fertig oder was? Oh, der ist schon... Der ist schon so weit oder wie? Okay. Nein, da hat man noch nicht mal angefangen. Klicken und ziehen zum Graben. Jetzt sagen wir, fangen wir mal hier an und hier so. Mach das doch mal bitte. Seckiges Update. Essen. Oh. Und schon wieder ein neuer. Sehr gut. Wie ist es? Was kann die? Leidenschaftlicher Töpfer. Mensch, als ob wir, ne? Wie als ob wir es gerochen hätten. Aber wir können keinen Töpfer, denn für den Töpfer brauchen wir vorher noch mal so einen. Okay. Ich verstehe. Was bedeutet du, mein Freund? Nein, Quatsch. Du, Kollege. Kollege, bitte. Hier kommen sie. Wo sind sie? Da sind sie. Was kann denn der alles? Schaut mal. Der kann ja Dinge. Da bist du ja. Aber sowas. Ja, den da. Bitte einmal so. Genau. Sehr, sehr gut. Der da drüben. Okay, hier geht's her. Da fliegen Dinge in der Luft. Naja. Nichts, was wir ja nicht so gewöhnt werden, ne? Von diversen Spielen. Das hier fasziniert mich ehrlich gesagt auch noch so ein ganz kleines bisschen. Oh. Oh, da haben sich Goblinen angesiedelt. Ist er das? Häuptling Kuh. Okay. Ich bin's. Grüne Kampfmaschine. Okay. Okay. Bluebell, das scharf. Ich verstehe. Wenn wir jetzt mal hier hingehen und dann sagen, wo ist denn unser Trapper? Da ist unser Trapper. Ruf ändern. Dann fehlt uns da ein Hürdenstab und der ist nicht Farmer Level 4. Okay. Ich verstehe. Okay. Das wird ultimativ grausam. Du hast doch so ein Ding hier stehen. Was willst du denn? Der ist auch noch wichtig, aber dafür braucht man Koch. Stufe 2. Stufe 2. Stufe 2. Stufe 4. Oh mein Gott. Und Okay. Da brauchen wir dann ordentlich Tür. Habe ich gerade bemerkt. Leider. Ah, okay. Er baut schon wieder Stein-Focken-Dinge. Okay. Ey, da steht Zeug rum, ne? Wahnsinn. Das ist das Töpfer-Teil. Leidenschaftliche Töpferin. Das warst du, ne? Hier. Können wir nicht. Nein, können wir nicht. Gerade. Schwierig. 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 Wo geht hier hin? Goblin-Trupp erscheint. Oh. Ein wilder Bär nähert sich. Ja, jetzt wird's. Ja, gut. Okay. Aber der ist ja da oben. Also da oben stellt er jetzt weniger, ne? So, bitte alle mal zusammenrutschen. Könnt ihr die mal dran hindern, bitte? Jetzt hier, äh. So, klopft die. Lockten! Danke. Oh, neun Titel erreicht. Verteidigerin. So, 25 Leute. Okay. Und die ist... Die ist Trapper oder so, wenn mich nicht alles täuscht, ne? So, ihr beide. Okay, die hat ein Schwert unten. Äh. Ach, zwei Hand. Okay. Was ist das? Zwei Waffen. Okay, und jetzt liegt die... Die nimmt sich jetzt einfach... Was kannst du denn jetzt hier eigentlich? Werkbank? Dann... Nimm den. Wenn's nicht anders geht, nimm den da. Bitte, danke. Wie sieht's hier aus? Hier sieht's eigentlich ganz cool aus. Lasst mal schauen. Wenn wir jetzt da hingehen und dann da her. Dann sagt, hier... Kann er nicht, weil... ...wird was anderes benötigt. Ja. Okay. Ja, da sind die ganzen Sachen schon drin. Seht ihr, die müssen... Die müssen hergestellt werden. Die kannst du nicht herstellen, weil du noch nichts dafür hast. Okay. Das ist natürlich auch sehr geil. Oh. Hochlevel zwei. Sehr schön. Geh mal hier hin. Werkbank. Lasst mal... Lasst uns mal gucken, ob wir denn... Ob wir denn... Koch haben. Also hier bei den... Bei den Gebäuden. Wird da... Kochmess. Komm. Guckhaus. Oh, Guckhaus klingt... Klingt gut. Okay. Okay. Okay, bitte drehen sie. Oh, Guckhaus klingt gut. Ich würde sagen, hier hin, oder? Verständnis. So. So ist, glaube ich, gut. So. So. Noch mal Steinbrotten. Aber baut ihn. Macht das. Wir wollen das. Hier oben jetzt schon... Nee. Da ist definitiv noch nie alles weg. Nee. Definitiv nicht. Fahr mal Level vier. Okay. Okay. Das ist gut. Hier wird Holz und... Diverses und so, ne? Ja, es mangelt... Es mangelt natürlich irgendwie an allem, ne? Bergbau, Bergbau, Bergbau. Oder auch kein Bergbau... Du... Geht nicht. Geht nicht. Wir können... Bergbau... Heißt du... Irgendwann mal versehentlich umbenannt? Keine Ahnung. Waffe und Schild bevorzug. Okay. 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 Waffe und Schild bevorzug. Wo wird hier schon wieder gekämpft? Ich höre doch schon wieder was. Oder auch nicht. Ah. Okay. Da oben hat sich auch noch mal was gebildet oder... was sammelt oder wie auch immer. Hm. Das ist schwierig, 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 schwierig. So. So, so. So, so. Okay. Oh, da drüben. Äh, äh, äh. Nein. Nein. Wo sind unsere Krieger? Die... Jetzt hat... Jetzt rennen sie. Da kommen sie. Auf geht's. Okay. Jawohl. Da fällt der Erste. Und da fällt der Zweite. Jawohl. Verteidigerin. Ah, neuen Titel. Gravekeeper. Kill six... Six undead. Okay. Cool. Sehr gut. Sehr, sehr. Ja, ihr müsst da weiter. Hm. Ich weiß, das ist nicht schön. Aber irgendjemand muss es ja machen, ne? Ah, sehr gut. Da wird weitergeküppelt. Ja, ja. So. Okay, was ist hier? Und wieder. Zurück. Ah, und, und, und. Da sind sie. Jawohl. Sehr gut. Jawohl, 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 jawohl. Und wir müssten mal hier durchgucken. Okay. Ja, begeisterter Trepfer. Okay. Dann sind die alle wieder weiter. Ah, Trimats Level 1. Jawohl. Sehr gut. Wie heißt die? Noëlis. So. Noëlis. Noëlis. Das zweite Bett an die. Dann können die da schön zusammen. Und so. Wie sieht es denn aus wie mit Essen? Okay. Holz ist noch ein bisschen eins da. Zum Glück. Hier. Ah. Ah, ja. Okay. Ich verstehe. So, so, so. Definitiv hier hier. Multi-Handwerker. 200 Gegenstände hergestellt. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Da läuft. So, Koch läuft auch. Hier läuft auch einigermaßen. Ja, wir müssen unbedingt gucken, dass wir da irgendwie, weiß ich nicht, besseren Weg hoch finden oder so. Also, ich weiß nicht. Gucken vielleicht hier so und dann, weiß ich nicht. Vielleicht Kuddelkram. Von hier weg bis. Kannst du ja auch nicht machen. Geht ja nicht. So. Hier. Geht bitte auch noch weg. Danke. Oh, da verdirbt Essen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, wenn hier Essen verdirbt. Das sollte nicht sein. Okay, da ist noch ein Koch. Ja, wir kriegen das hin. Wir schaffen das. Ja, ihr seht, die sind jetzt hier auch immer wieder am, am Hoch. Laufen und machen und tun und jetzt. So. Und dann so. Denke ich. So sollte das einigermaßen funktionieren. Wir werden, wir werden uns das angucken. Wir werden uns das angucken. Oh, es schneit. Ja, es ist Winter. Okay, wir müssen auch schauen, dass die unbedingt, äh, winterfeste Kleidung und so kriegen. Aber das machen wir alles in den folgenden Folgen. Das bedeutet, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vergesst bitte nicht zu bewerten. Bis dahin. Und?